Hallo und willkommen zurück zu Minecraft City Builder, heute Episode 32. Ich bin in einem der Käfigen, die wir letzte Episode aufgebaut haben und der Plan ist jetzt erstmal nach Hause schlafen und dann hier drum alles abbauen und so dass da Wasser drum rum ist eigentlich nur noch und ja dann ist der nächste Plan Wasserweg zum Dorf zu bauen und von da aus hin mit einem Schiff oder einem Seil, aber ich glaube Schiff ist einfacher, Villager rüber zu holen. Ich habe drei Käfige gebaut, ich kann ja theoretisch auch zwei Villager in ein Käfig packen, das ist mir schon aufgefallen, ist ja erstmal nur so sponsorisch. Ja mal gucken, erstmal hier jetzt pennen, dann vielleicht zaubern noch fix. Ich glaube das ist so der Plan. Ich kann hier mal kurz einen Schluck trinken, ein bisschen unprofessionell. Ah, erfrischend. Perfekt. Gut, dann wollen wir mal. Brauche ich noch irgendwas? Eigentlich nicht. Ich kann ja auch noch Level Farm auf Level 7. Ah, ich wollte ja eigentlich was testen, also. So, ich sehe es richtig, dass wenn ich jetzt Bücher und Labels nehme und mein Buch und Labels rein knallt, okay. Und wenn ich das Buch rausnehme und Tutu's Gilder rein packe, geht die Peinigung. Okay. Aber angenommen ich gehe hoch, nehmen wir das Buch, was ich schon habe und packe. Und packe Tutu's Gilder hin und Verbrennung. Dann hat Tutu's Gilder Verbrennung. Okay. Okay. So, dann können wir eigentlich mal kurz dabei schon mal testen. Hat das Fleisch auch direkt geguckt, ne? Das ist natürlich actually fast ein Gamechanger. Wenn das Fleisch durchgeguckt ist. Okay. Äh. Das spart mir halt das Grillen. Naja. Können wir mal gucken. Ich wollte, dass wir jetzt ein bisschen damageden, tatsächlich, das Schwert. Mal gucken, wie und ob ich das reparieren kann. Gut. Äh. Können wir die beiden noch mal. Gut. Dann wollen wir mal. Ähm. Erstmal bauen wir Dicht hier noch aus. Da kann das rein, das rein, das rein, das rein, das rein. Das, 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 das. Das kann da eigentlich alles rein. Dann brauche ich noch zwei Kiste. Habe ich nicht das mitwürdige Material für den Inventar? Da habe ich gar nicht mehr das mitwürdige Material zu. Das hier Bäume galore sind. Ähm. 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 Gut. Gut. So. Und so. Okay. Dann du da hin, du da hin. Gut. Du da hin, du da hin. Gut. Du da hin, du. So. Und jetzt geht's los. Jetzt ist das eins, zwei, drei. Dann ist das eins, zwei. Dann ist das eins, zwei. Und das noch drei. Okay. Gut. Dann wollen wir mal gucken. Ähm. Dann wollen wir mal gucken. Ähm. So. Okay. Eine Schafe weniger. Aber ich habe ja eigentlich alles hier, um das nachzubauen. gut. Das kommt auch noch alles weg hier. Okay. So. Ob das alles wirklich notwendig ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich mache es jetzt einfach. Dann habe ich es einmal fertig und kann nicht beruhigt mit umgehen. Ich glaube viel sicherer Mod mäßig kann ich es gar nicht machen. Mal zu riesig hier zu was zu begradigen. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Äh. Der nicht. So. Nächste Schafe weg. Ich sehe schon die ganzen Kommentare mit was macht er da voll aufwendig. Aber das ist halt so ein bisschen mit das was auch diese Serie ausmacht. Das soll dann halt auch alles schick aussehen irgendwie. Und klar ich weiß irgendwie so ein bisschen das hat jetzt aktuell noch schäbig aus. Aber das kann man dann ja noch ändern. So oder? Klar ist es dann irgendwann die Gefängnisse zu Häusern auszubauen tatsächlich. Und dann so ein Village Village zu haben. Aber da sind wir noch eine Weile von entfernt glaube ich. So eins. Zwei. Drei. Begradigen, begradigen, begradigen. Okay. Die Seite ist fertig. Natürlich genau bis da wo es 1 länger ist. Gut. Ähm. Okay. Jetzt hier auch drei halt. Und der muss auch weg. Und der muss auch weg. Wenn wir schon dabei sind können wir den ja auch noch weg machen. Das ist ein großer. Ne ist ein kleiner. Okay. Und den können wir auch noch weg machen. Okidoki. Ähm. Dann brauche ich neue Schaufeln. Ich denke mindestens noch drei Stück. Ähh. Das. und das. Gut, gut, gut. Bruchstein, dann brauchen wir 1, 2, 3, 1. Bruchstein weg. Das weg, das weg. Also, flitzen wir uns einmal kurz zurück. Gut. 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 . Gut. 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 Okay. Okay, cool. I guess das ist fertig. Oh, wie seid ihr hier reingekommen? Raus kommt ihr auf jeden Fall nicht mehr. Dann muss das Dach noch fertig gemacht werden. Und dann geht's auch schon ab nach hinten. Dann kommt das da alles einmal rein. Eigentlich kann ich hier auch schon mal treten da hinten in einem Boot, oder? Wie baue ich denn ein Boot? So anscheinend. Okay, zwei, vier Boote. Gut. Plan ist dann rüber gehen, Boot bauen. Und dann irgendwie wieder hierher kommen. Die Frage, kann ich nicht auf dem Land mit dem Boot fahren? So. 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 Dann wollen wir mal gucken. Ich brauche dich nicht. Dafür brauche ich dich wahrscheinlich. Gut. Dann testen wir mal. Okay. Wie war ich das ab? So. Okay. So. Okay. Das geht auch. Dauert nur x lang. Okay. Los geht's. Villager. Ich komme. Du 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 du. Da ist es schon. Okay. So weit ist es tatsächlich gar nicht. So irgendwie. Ich dachte es wird länger gewesen. Ähm. Wir können jetzt diskutieren. Wenn ich auch hier irgendwo einspeichern können. Erstmal. Naja. Gut. Das ist ein Revit. Kein Villager. Das ist eine Kuh. Hier ist schon mal niemand. So. Etwas beunruhigend. Da war auch keiner. Die waren doch nicht alle. Zombies als ich das erst mal her kam. Eine Katze. Eine Katze kann ich nicht. Fangen weil ich. Keinen Fisch habe. Da haben wir einen. So du mein Freund. Papier verwendet. Papier verwendet. Das ist jetzt mit mir mit. Das ist jetzt erstmal da. Das Gute ist ich kann halt hier pen. Das ist halt super smart. Okay. Äh. Da habe ich schon mal einen. Das ist nochmal da. Okay. Das ist nochmal zwei. Hä? Okay. Das ist nochmal drei. Okay. Okay. Dann belassen wir uns zum nächsten Mal. Oder? Okay. Okay. Gut. Das kann jetzt eine Töneweile dauern. Ich glaube das machen wir auf nächste Episode. Oder? Aber das ist auch schon mal ein schönes Ende. Ich beende die Episode genau hier. Und fange dann gleich direkt an die nächste Episode aufzunehmen. Wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like da. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode wieder. Abonnieren nicht vergessen. Bye Bye. Bye Bye.